Wenn du da bist, kann ich schon mal einen Check machen, bitte auf Haube, die machen wir dann am Schluss. Okay. Und dann ist es ganz weit. Oh, komm, ich muss kurz mit Rast holen. So. Hapsell. Okay, das passt. So, ich bin ungeschnellt, bin ich bequem. Der Fallschirm ist richtig angelegt, eingehängt. Dann, die Bremsklappen sind eingefahren und verriegelt. Der Höhe ist auf 400. Funk ist an. So gut, frei und leichtgängig. Die Trimmung ist neutral. Ähm, die Schleppstrecke wird noch frei. Und der Ausfliegraum ist frei. Und Wind kommt leicht von rechts, also rechts vorhalten und auf sein Rest achten. Okay. Okay. Piste treffen. So. Und Haube dann halt noch. Robin, cool, das ist weg, oder? Die Goldmodell macht dann in der Nähe von Endbringer eine Luftaufnahme. Okay. Cool, das ist verstanden. Gibt's nicht. Weiß ich nicht, wer die sehen. Warte, warte. Wo sind die? Wo sind die? Ach, die ist schon hier. Was dachte ich das? Okay, klar. Trieben oder die Goldmodell irgendwo startet, glaube ich. Ja, wahrscheinlich da hinten. Ja, aber da kommt ich nur schon. Golfhotel ist dann Mike. Hallo, Mike. Hallo Heinz, Bruder Michael. Da ist gestern geflogen und hatte Temperaturanzeigeprobleme berichtet. Sei so nett und achte mal darauf, ob du das bestätigen kannst. Mike, die Eltemperatur ist in Ordnung. Gelegentlich schlägt der Anzahl der Zeige von der Zylinderkopftemperatur. Der schlägt unruhig aus und wir haben also schon besprochen, dass wir da schauen, vielleicht ist der Kabelanschluss ein bisschen lose. Aber so normale Eltemperatur ist alles im grünen Bereich. Alles klar. Das ist unser neuer Bienen-Maja-Aufkleber. Ja, ja. Das ist unser neuer Bienen-Maja-Aufkleber. Die Goldmodell ist abfluchtbereit und freiwillig. Da haben wir noch was. Ja, das ist es. Gut. Wie geht's? Aus. Ein. Also, Mauri, du machst das? Ja. Schönere Übergänge machen. Ich tue mein Bestes. Wenn ich so halte. Dann schauen wir mal. So. 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 se. um Wir gehen zu Lacher in der 8B Naja, viel geht hier nicht. Also, dann machen wir eine Rechtskurve. 4-4, kommt zu lassen, ob wir da drin sind. Und dann können wir gleich noch mehr rechts. Dann wird's mit 100. Jetzt gehen wir genau über Ort vollbringen. Dann können wir noch mehr rechts raus. Direkt in Kirchburg. Und dann rechts drüber. Dann muss man halt hier noch ein bisschen hoch. Dann kann man auch ein bisschen ausholen. Dann können wir dann ganz uf. kaputt machen mit der Klappe. Und dann kannst du langsam weiter. Richtig nach hinten her. Dann machte die Kurve. Dann ist der ein bisschen aufregt, der ein bisschen knapper nach vorne. Dann regeln wir alle aus. Dann kommt der Rücken vor. Dann kommt der Rücken vor. Dann muss man ausrichtet, wenn man Klappe entriegler. Dann geht's schön mit dem unterhalten. Dann kriegst du direkt. Dann gucken wir mal. Schnauze ist im Wind. Das ist okay. Dann müssen wir nachher ein bisschen linksseite runtergeben. Ja. Das sieht gut aus bisher. Auf der Fahrer kann schon mal ganz leicht ein bisschen linksseite runtergeben. Dann muss es rechts wieder. Jawohl. Dann hebt sie langsam. Dann kann es aber langsam ganz raus. Schnauze langsam hoch. Dann geht's hoch hoch. Er holt sie. 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 So. Das war eine kurze Runde. Passt schon. Er holt sie. 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 Er holt sie.